Okay, es geht los mit der Wiederholung für den Isolationen und Flow Sommerkurs 2021. Wir starten mit der dringendsten Übung der zweihändigen Geisterisolation hier. Und dafür machen wir einmal nochmal nur die aktive Hand. Jetzt starte ich mit der rechten Hand. Vielleicht lieber so. Zuerst schiebe ich, dann bringe ich die Hand zum Kopf an die Seite, ich isoliere nach unten, ich schiebe nach vorne, bringe wieder die Hand zum Kopf an die Seite, isoliere wieder nach unten. Also schieben, an die Seite, isolieren, schieben, an die Seite, isolieren. 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 Schieben, an die Seite, schieben, an die Seite, dann kommt die zweite Hand dazu. Wir schieben, jetzt. Geisterhand lässt, Geisterhand lässt los, geht unten drunter und zwar immer mit dem Daumen nach oben. Die aktive Hand geht einfach wieder zum Kopf, wie vorher. Wir isolieren, das heißt, wir wechseln einmal die Hände. Aktive Hand schiebt nach vorne, passive Hand geht wieder unten drunter, Daumen nach oben. Wir gehen mit den Händen wieder auseinander. Die aktive Hand ist zum Kopf gegangen, 12 Uhr. Und dann wechseln wir dieses Mal vorne, die Hände, die passive Hand geht wieder mit Daumen nach oben über die aktive Hand. Also, nach vorne, linke Hand drunter, zur Seite, wechseln, schieben, zur Seite, isolieren. 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 Schieben, linke Hand drunter, zur Seite, Hand wechseln, also Handposition wechseln. Schieben, schieben, zur Seite, isolieren. Einmal mit der Barrel Roll. Wir gehen auf die andere Seite als erstes, kreuzen den rechten Fuß nach vorne. Und wir starten jetzt, wenn die rechte Hand noch oben am Kopf ist, auf 12 Uhr. Einmal in die Barrel Roll. Und dann müssen wir noch die Hände wieder wechseln und können dann wieder in die Übung weiter reingehen. Und auch hier starten wir mit der Barrel Roll schon, wenn die Hand noch auf 12 Uhr ist. Und dann, wenn wir hier vorne angekommen sind, wechseln wir die Hände, gehen in die Ausgangsposition. So ein bisschen schräg wieder. Ich habe leider keine Socken an, rutscht nicht so gut. Einmal linke Hand im Schnelldurchlauf. So, wir schieben, wir kommen zur Seite, wir isolieren. Schieben, wir schieben, wir gehen zur Seite, wir isolieren. Schieben, zur Seite, isolieren. Schieben, zur Seite, isolieren. Schieben, 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 zur Seite, isolieren. Schieben, zur Seite, isolieren. Schieben, zur Seite, isolieren. Schieben, passive Hand, rechte Hand geht unten drunter, Daumen nach oben. Zur Seite, Hände wechseln. Schieben, schieben, passive Hand geht nach unten, Daumen ist oben. Zur Seite, vorne die Hände wechseln, auch hier der Daumen nach oben. Schieben, wechseln. Ein bisschen schneller diesmal. und dann wieder. Schieben, wir schieben. Schιο eins. Das war etwas unsauer. So, einmal mit Barrel Roll. Machen wir nur von einer Seite. Diesmal kreuzt das als erstes das linke Bein vorne drüber. Wir wechseln die Hände wieder und machen weiter. Und diesmal auf der zweiten Seite das rechte Bein. Auflösen, schieben, Hand drunter, zur Seite. Barrel Roll, isolieren. Schieben, zur Seite. Barrel Roll, isolieren. Okay, das war Nummer 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.